So, klasse Anwesenheit, ich hab Migräne, also bitte ruhig heute. Alter, meinst du, wir schreiben ne Probe? Nee. Was sagst du? Was? Sie fragt, ob wir ne Probe schreiben. Das heißt, fragt. Ruhe! Ja, ich glaub, wir schreiben mal. Wer hat dich gefragt? Ruhe! Die erzählt ihre Tage. So, mir reicht's jetzt. Weil du so viel Ahnung vom weiblichen Körper hast. Ein Gentleman schweigt. Du meinst, eine Jungfrau schweigt. Gut, und? Ist wahrscheinlich OB wechseln. So, das gibt's nicht, dass eure Klassenleitung mich fragt, ob ich ihr helfen kann, die Klasse unter Kontrolle zu bekommen. Das heißt, fragt. Klug Scheiße. Chili und Max, ihr könnt gleich mitkommen. Max, wie auch immer. Was? Mitkommen. Und das nächste Mal geht das auch ohne Direktorat, ja?